In der RTL 2-Show Die Geissens, eine schrecklich glamouröse Familie, gewähren Carmen und Robert Geiss zusammen mit ihren Töchtern Davina und Shania ein Blick in ihr luxuriöses Leben. Besonders in der neuesten Folge, die an Ostermontag ausgestrahlt wurde, steht ein Thema im Mittelpunkt. Die Anprobe der neuen Kollektion ihres Modelabels Roberto Geissini. Dabei stoßen die Geissens auf ein allzu menschliches Problem – Kleidung, die nicht passt. Als Davina ein pinkes Sportoutfit anprobiert, ist das Oberteil zu groß. Ihre Meinung dazu? Entweder enger oder operieren. Robert Geiss bevorzugt die einfachere Lösung des Anpassens. Doch Carmen Geiss wirft mit ihrer Aussage, ich würde ja operieren, eine kontroverse Idee in den Raum, nur um klarzustellen, dass es sich um einen Scherz handelte. Die Familie legt Wert darauf, dass ihre Kinder so perfekt sind, wie sie sind. Unter einem Vorschau-Clip der Folge auf Instagram zeigen sich dennoch einige Fans besorgt über die Aussagen bezüglich einer Operation. Andere FollowerInnen hingegen feiern Carmen ganz einfach für ihren Humor.